Spawn hier eigentlich immer noch Zombies auf den Straßen? Äh, ja. Na, ich hab jetzt ewig nicht mehr gespielt, also wie möglich ist hier so viele Fragen stellen? Ja, kein Ding. Für unsere Hostie spawnen übrigens auch Slimes. Das ist cool. Slimes sind süß. Ja, ich hab ja ein Anime-Mod drin, also bei mir sind alle Monster-Animes. Ja, du musst mir eventuell, kannst du mir eventuell nochmal sagen, die Mods heißt, dass du die Lebensanzeige von dem siehst, da oben in der Ecke? Kannst du mir da eventuell ein Link schicken oder sowas? Ja, kann ich mal gucken. Lange. Ja, weil ich will, ich fände das nämlich ganz, weil ich finde das ganz fresh. Hier steht hier überall kein Stein, ich hab doch vorhin hier, hä? Ich hab keine Rechte. Ja, ich weiß, ich krieg's dann, wenn ich das ins Gelände, die will ich kurz töten. Ich will auch. Ey, ich kann nicht über den Zaun springen, weil... Dafür ist ein Zäune da. Ähm, Toastie, wie geb ich Vendetta nochmal Rechte? Ähm, ich hab mal eine Frage. Äh, wenn ich jetzt hier so ein paar Rechte auf dem Kunstbuch habe, soll ich mir dann selbst was bauen, irgendwie? Also hausmäßig oder wie machen wir das? Wir können ja auch zusammen in dem Haus hier wohnen. Das ist erstmal nur so. Ja, aber das ist recht klein, ne? Wir können's ausbauen. Ja, das wär ganz fresh, das sollten wir... Das könnten wir ja mal off-streamen, äh, aufs... Äh, ja, ja. Äh, du weißt schon, wie's meiner. Also, das könnten wir ja mal machen, wenn Radel nicht aufgenommen wird. Ja. Okay. Dann machen wir das mal zusammen irgendwann. G.S. Info. Du hast keine Rechte, diese Befehle auszuführen, what the fuck? Lol, man kann nicht mal die Öfen... Ey, lol. Wenn ich Öfen benutzen will, kommt da so Staub noch hoch. Wo hast du die ganzen Töpfe her? Wieso darf ich keine Info über mein GS-Freund? Guckt wieder, sagt nein. GS-Freund? Nein, du darfst das hier nicht. Nein, nein, nö. Nein, die hab ich gestern mit jemandem gekloppt und da hab ich die wiederbekommen. Ah, ne, hier hab ich. Sind das blaue Gschieperköpfe? Nee. Wo ist die Sprint bei dir? Wo ist die? Bist die weg. Tschüss. Keine Rechte. R.G.I. Ah. Furi-137. Äh, 135. Okay, warte mal. Ähm. GS-Plus-Furi-135. GS-Plus-Furi-135. Stell dich mal vor mich. Möckel. Ich muss deinen Namen lesen können. Weil, geh mal zur Kiste. Zwischen die Kisten. Weiter, weiter, weiter. Duck dich mal. Ah, okay, super. Creepy. Pasta. Kind. Mach mal den Workbench auf. Nee, keine Rechte. Ich bin nicht. Workbench funktioniert. Der Sensor des GSs steht da. Äh, Workbench geht, aber äh. Sie hat Kissen und sowas nicht. Aber kann alles nutzen. Sinnlos. Hä? Ich kann dir keine Rechte geben? Ich bin schon. Nein, da zeige ich das lieber nicht. Wenn ich gerade sagen wollte. King, kann's sein, dass du mir bei deinen Troll Versuch irgendwelche Rechte genommen hast. Könnt ihr mal den Chat-Kraft rum, ja, Alter? Hab's gesehen, ja. Ich bin rechtlos. Wir gehen zu heulen. Mit der Armbrust noch. Hey, ich hab nicht mal das Recht. Ich hab auf deinem Grundstück nicht das Recht, mich zu verteidigen. Wie geil ist das denn bitte? Ein bloß mal. Ich hab immer noch 50 Dollar. Übrigens. Aber, was kostet ein GF 500, ne? Oder? Ah, du bist noch da, gut. Du hast jetzt recht. Ja, hast du mir gerade zugehört? Äh, ich hab noch 50 Euro, ähm, Grundstück kostet 500, ne? Ja. Oder? Aber die Grundstücke, das find ich richtig gut an dem Server, dass sie so groß sind. Ja, okay. Ähm, jetzt mal 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 gucken. Aber ich war, ich war auch schon aufs Hörer, da waren die Grundstücke für klein. Ich bin hier mega... ...ungeordnet momentan alles. Soll ich dir das alles mal ordnen? Hast du Schilder? Nee, lass mal, ihr müsst das mal irgendwie gucken, wie wir jetzt das Haus größer bauen. Ich hab das mal einfach aus Langeweile und Rololol, das Haus zu klein gemacht. Wir können es ja ausbauen jetzt einfach. Ja, aber wie? Dach ab. Machen wir. Dach runter und, äh, los geht's. Und dann hochbauen, ne? Also, dass du... Ja. Dass du Etagen oder ich geschaffst, ne? Und du machst nach hoch, ich mach's zur Seite. Okay. Äh, ab. Einfach alles abreißen hier, oder? Na, den mittleren Raum kannst du ja stehen lassen. Äh, nein, ich meine jetzt... Ich meine jetzt, äh... Ich meine jetzt das Dach komplett abreißen. Ja, kannst du voll runter machen. Das Schwein. Mach die Tür zu, Schwein ist hier drin. Okay, Tür ist zu. Wir haben Schwein auf dem Grundstück, cool. Das ist fresh. Hat man denn eigentlich die Berechtigung auf dem Grundstück das Schwein zu töten? Ja, aber die Berechtigung gebe ich dir nicht. Was ist das Schwein in Ruhe? Nein, das meine ich nicht. Aber wenn du sonst irgendwie versuchst, so welche zu töten, geht das, glaube ich, nicht auf den Strafen, ne? Ja, das geht nicht, aber auf den Grundstück geht. Ich hab die... Als ich angefangen hab, sehe ich erst... Ich hatte ja schon mal eine Aufnahme, die hab ich aber dann gelöscht. Wie gesagt, ich hab halt, ähm, schon aufgenommen gehabt. Das Glas auch weg. Ja, kannst du machen. Ich hab halt schon aufgenommen gehabt. Oh, es tut weh. Und... Ich kann da fliegen. Fly. Ich kann nicht fliegen, oder? Ne. Du hast keinen Zugriff auf diesen Befehl. Wenn nicht, wenn ein Droid wird. Ähm... Da hab ich zwei Stunden lang halt gemeint, damit ich irgendwie Rohstoff zusammenkriege und es ist selber nichts passiert. Ich hab zwei Stunden lang echt nichts gefunden. Und, ähm... Und da hab ich die ganze Aufnahme gelöscht, weil jetzt kann ich niemanden anbieten, ey. Ich kann nicht sagen, hier, ja, ich hab zwei Stunden gemeint und ihr müsst euch das jetzt reinziehen hier. Das ist totaler Schwachsinn. Da kannst du dich auch hinsetzen, hallo sagen und den ganzen und die ganze Zeit irgendwie keine Ahnung. Ja. Darum sitzen wir gerne runterholen. Keine Ahnung, wenigstens. Schwein, du bist da irgendwie so ein bisschen eine Fehler im Platz. In der Mine war wenigstens noch, du konntest, ähm... Irgendwie Monster bekämpfen oder so ein Spaß oder irgendwas anderes machen halt, aber... Da geht ja wirklich gar nichts mehr, das... Mega schlecht gelöst, finde ich. Wurden irgendwie... Wurden die Rechte denn von den Servern, wurden die irgendwie... Ist irgendwie der Inhaber, hat der gewechselt? Oder warum hat sich das so viel verändert? Ne, die haben einen Crash gehabt. Die... Was meinst du mit Crash, also inwiefern? Na, ähm... Wie nennt man es die... 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 Die haben hier einen Stall so weit irgendwo gespeichert. Der Typ, bei dem das gespeichert wurde, dem seine Festplatte ist kaputt gegangen. Das ist schlecht. Ja, durchschaus. Auf jeden Fall nicht gut. Oh, das Texture Effect verhalte ich eventuell. Das Texture Effect ist cool. Was ich dir gegeben habe? Vielleicht nicht. Wow, der war ein Krupphaus. Ich war... Als ich vorhin in deine Kommentare geschrieben habe, saß ich nämlich in der Schule. Im Unterricht. Mit dem Handy, hab ich das gemacht. Ach so. Ja, wir wissen ja, dass du kein Leben hast. Nicht schnell als sonst, nein, Spaß. Ähm... So, und das Problem ist, hast du Holz in den Kisten? Äh, du musst mal gucken, ansonsten mach einfach Kidstarter. Was für Holz hast du benutzt hier? Äh, Eichenholz normalerweise. Gut. Und einfach nur nach hochbauen hier, oder was? Also einfach so, oder was? Ja, so, das ist halt schön aussieht einfach. Wie ist das Schwein jetzt daraus? Also, das ist so. Eine Schweinerei ist was? Haha, nee, was? So schlecht. Aber damals, weißt du noch, als ich damals so aufgedrehte Phase hatte, Alter? Ach, hast du nicht mehr? Nein, nein, ich bin recht ruhig geworden. Ich bin wirklich ein recht ruhiger Mensch geworden. Ich bin auch immer nett und so. Also, ich kriege leere auf. Wenn der da ist jetzt rechts und ruhig. Ja. Schön, dass du das lösst. Nein, 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 mein Rektor wollte mich neulich nach Hause schicken. Ich hab' ihn zusammengeschrieben. Wir haben eine Mathe auch geschrieben. Und er wollte mein Handy haben. Ich geb' ihm doch nicht mein Handy oder so, was meinst du? Du bist schon ein richtiger Bube, ne? Ja, hallo, nee, das ist mein Handy, das brauch' ich nur. Ich geb' mich nur. Ich hab' mich gefragt, okay, ich geb' ihm das, wenn's mir nachher studieren gehen. Ich hab' mir so, nee, ich hol's dir heute an, aber da hab' ich so, nee, ich hab' keine Zeit, ich geh' mal weg. Tschüss. Ich geh' mal weg. Ich geh' mal weg. Alter, ey, ich bin nicht so in meiner Schulzeit. Gut, ich hab' auch nie mein Handy abgeben müssen. Hm, doch, ich schon. Das ist die Junge von heute. Ich weiß. Aber. Und heute hab' ich, weil's so Holz hoch, das steht übrigens auch überall um mich herum. Ja, nee, ich bin grad, ich bin eher da aufgenommen, so, bitte. In Form von Baum. Aber weißt du noch unsere alte Farm? Von Magic, mein? Ja. Und so, unsere Birkenholzfarm, die war voll geil. Nochmal so ein großes Ding zu bauen, ist aber, glaub' ich, Unsinn, oder? Ja. Das hat richtig, das hat sehr viel Arbeit gekauft. Vielleicht glaub' ich, so viel Zeit steckt, kann ich nicht mehr Magic, mein, reinstecken. Nee, du arbeitest du. Du arbeitest du auch. Hab' ich da auch gemacht. Ja, aber jetzt arbeitest du. Auf deiner Arbeit. Ja, ich glaub' ich glaub' ich auch. Ich glaub' ich arbeite auch nicht mehr so viel Zeit, weil ich gehe ja zum Bundeslohn. Und da. Uh. Der kleine Mann hat große Blende. ich bin immer mehr so klein ich bin als 80, aber ich bin ja nicht mehr so klein nein ähm ich mache dort meine Grundausbildung als Verdacht und dann werde ich äh Monobor-Verspieler ja nein äh ich spiele Go's nicht schön ähm nein und dann mach ich den dann mach ich mal Rettungsassistenten ich mach ein Medic was machst du Rettungsassistenten? das ist ja ja du hast ja keine schlechte Idee ich bin ja sowieso schon voll sozial engagiert und so ich mach ja du hast gerade eben noch gesagt du schreist den Rektor zusammen jaaa auf der anderen Seite bin ich aber im Schulsanitätsdienst ähm ich bin voll sozial ich hab gestern meinen Rektor zusammengeschrien nein das war mein Konrektor der hat mir eh nix zu sagen ich glaube der hat ja auch was zu sagen du willst ja alles zu sagen ja ja nein der kommt so der kommt ein halbes Jahr an unsere Schule gib mir ne Fünfe Mathe und verpiss dich wieder hallo hallo er braucht jetzt nur dieses halbe Jahr damit er in Rente gehen kann Verstalle und so was ist assi da kannst du nicht viel erwarten von ja das ist voll assi alter und deswegen ähm ist das hoch genug keine Ahnung baue so hoch wie du willst guck mal hoch also mindestens bis hierher ok komm ich morgen wieder ist das Ding wirklich so hoch nicht 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 sterben was passiert wenn ich sterbe du wirst du da nicht nur was wir sparen denn im Internet hat gesagt gar nicht ja nö äh wie setzt sich mehr Home Punkte ach so stimmt ähm set home home musst du setzen also set home set home warte set oder ohne slash set home zusammengeschrieben und dann nochmal home dahinter aber das dann getrennt und dann nochmal home dahinter aber das dann getrennt